Heute möchte ich über ein Ereignis sprechen, was ich mal einst im 19. Jahrhundert in Amerika abgespielt hatte. Genauer gesagt am 29. Dezember 1890. Das bestimmte Ereignis war so grausam und gehört gleichzeitig mit zu einem schrecklichen Punkt aus der amerikanischen Geschichte. Ich spreche hier von der sogenannten Schlacht am Wounded Knee. Beim Wounded Knee handelt es sich um eine Ortschaft in der Pine Ridge Reservation im US-Bundesstaat South Dakota, welches nach einem Nebenfluss des Wright Rivers benannt wurde, dem sogenannten Wounded Knee Creek. Bei der Schlacht von Wounded Knee wurden damals bis zu 300 Indianer des Lakota-Stammes von der damaligen US-Kavallerie getötet. Wie es zu dieser grausamen und blutigen Massentat überhaupt kommen konnte, wurde zuerst seitens der amerikanischen Streitkräfte folgendermaßen dargestellt. Es wurde erzählt, dass die US-Streitkräfte durch einen Hinterhalt der Indianer in der Region von Wounded Knee überrascht und angegriffen wurden. Dank der Waffen und Munition, welches die US-Kavallerie bei sich hatte, konnten sich die Streitkräfte gegen die Indianer wehren. Seitens der amerikanischen Soldaten gab es sehr wenig Verluste. Die Indianer hatten durch den Kampf fast jeden ihres Stammes verloren. Die Kavallerie-Soldaten wurden später wegen ihres Erfolgs und Mutes von Vorgesetzten und Bürgern verehrt. Hierbei machten Geschichten und bildliche Veranschauungen die Runde, dass die US-Streitkräfte von blutrünstigen und dämonhaften Indianerkriegern aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Die Streitkräfte wurden hierbei meist als Soldaten mit engelshaften Gesichtern und mit mutigen Posen dargestellt, um somit deren Mut und Entschlossenheit im Kampf gegen den sogenannten wilden Mann Ausdruck zu verleihen. Für lange Zeit wurde diese Version der US-Streitkräfte in vielen Bereichen der amerikanischen Region verbreitet. Jedoch fand man viel später heraus, dass an der Version der US-Kavallerie kein Fünkchen Wahrheit dran war und dass in Wirklichkeit die wahren Täter im Grunde damals die US-Streitkräfte gewesen waren. Wenn man sich die historischen Fakten zu diesem Massaker anschaut, wird man feststellen, dass die Lakota-Indianer in Wirklichkeit nur durch einen Unfall zu Opfern des Massakers am Wundet nie wurden. Alles begann am 28. Dezember 1890, also einen Tag vor dem blutigen Massaker. Damals schleppten sich bis zu 350 Lakota-Indianer in die Region von Wundet nie, um sich dort mit einem weiteren Lakota-Indianer-Stamm zu vereinen. Hierbei spielte die Durchführung des sogenannten Geistertanzes für die Indianer eine wichtige Rolle. Dieser Tanz wurde vom indianischen Propheten Vovokar ins Leben gerufen, welches den Sinn hatte, dass durch diesen Tanz alle Indianer, egal von welchem Stamm, Unterstützung von ihren Vorahnen bekommen, um durch deren Hilfe einen Ort zu finden, wo sie und ihre geisterhaften Ahnen dort auf ewig ein friedvolles Leben führen können. Jedoch war die Realität ganz anders als gedacht. Denn die 350 halb verhungerten Lakota-Indianer wurden auf ihrem verzweifelten Marsch durch den Schneesturm von der US-Kavallerie gestoppt. Deren Vorgesetzter, ein Mann mit dem Namen Major Samuel Whitside, gab seinen Männern den Befehl, die Indianer zu verhaften. Sie wurden dann später in ein Lager in der Nähe des Flusses gebracht. Als die Lakota-Indianer am nächsten Morgen, dem 29. Dezember 1890, durch die US-Kavallerie entwaffnet werden sollen, kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Schuss löst sich aus dem Gewehr eines taubstummen Lakota-Indianers, der seine Waffe nicht abgeben wollte. Sofort bricht Panik aus. Weitere Schüsse fallen. Von einem Hügel aus feuert die Armee Granaten aus Hotchkiss-Kanonen auf das Gefangenenlager. Bei dem Massaker kamen 25 Soldaten und fast 300 Indianer ums Leben. Unter den vielen Toten war auch der Häuptling Spotted Elk gewesen, der in der Literatur auch als Bigfoot bekannt war. Die Leichen der Lakota-Indianer wurden später durch die US-Kavallerie in Massengräbern am Wounded Knee verscharrt. Schnell wurden auch die Gründe, warum es zu dieser blutigen Massenschlacht gekommen war, seitens der amerikanischen Streitkräfte verschleiert. Hierbei wurden, wie bereits erwähnt, die Soldaten als heldenhafte Krieger und die Indianer als hinterhältig-blutrünstige Wilderer dargestellt. Schon lange bevor die Freiheit der Indianer 1890 mit dem Massaker am Wounded Knee ihr symbolisches Ende fand, war ihre Lebenskultur dem Untergang geweiht. Seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 waren die amerikanischen Ureinwohner betrogen, verfolgt und zum Teil systematisch ermordet worden. Enteignung und Vertreibung geschahen immer wieder nach demselben Muster. Verträge mit den Indianern, die ihren Besitz garantieren und Schutz gewähren sollten, wurden von Washington kurzerhand gebrochen, nur um dadurch die Gier nach Land, die eine immer größer werdende Bevölkerung vom Osten in den Westen trieb, zu steigern. Nach dem Bürgerkrieg, der das Ende der Sklaverei herbeigeführt hatte, verlieh der Kongress im Jahr 1866 sämtlichen in den USA geborenen Personen, mit Ausnahme der Indianer gleiche Rechte. Viele Stämme, die seit Generationen frei durch ihre weiten Jagdgründe gezogen waren, wurden in Reservate gepfercht, wo sie oft unter extrem schwierigen Bedingungen gesesshaft werden mussten. Die Ortschaft Wounded Knee, wo heutzutage eine Gedenkstätte zum Massaker steht, ist bis heute ein Symbol der grauenhaften Unterdrückung der indigenen Ureinwohner Amerikas. Im Jahr 1973 gehörte dieser Ort wieder zu einer spektakulären Aktion, wo hierbei Indianer wieder eine wichtige Rolle spielten. Damals handelte es sich um eine Gruppe von indigenen Nachfahren, der sogenannten American Indian Movement, kurz AIM, die für die Rechte der indigenen Völker in Amerika kämpften. Damals nahm eine 200-Mann-große Gruppe von AIM-Mitgliedern mindestens elf Geiseln fest, mit dem Ziel, eine bundesstaatliche Untersuchung der Zustände im Reservat und gebrochene Verträge mit den Indianern zu erzwingen. Nach ca. 71 Tagen musste schließlich die Geiselnahme aufgegeben werden. Am Ende wurden zwei AIM-Mitglieder getötet und ein FBI-Agent verletzt. Das eigentliche Ziel der Indianerbewegung konnte hierbei jedoch nie erreicht werden. Heutzutage gelten Indianer, die in Amerika leben, als Bürger der USA. So heißt es zumindest. Jedoch müssen noch bis heute zahlreiche Indianer auf amerikanischem Boden damit leben, dass sie weiterhin unter schweren Bedingungen leben und für ihre Rechte kämpfen müssen. Die Enkelin des indianischen Häuptlings Sitting Bull sagte mal einst, Amerika ist auf gestohlenem Land gebaut worden. Hinzu heißt es noch, wir Lakota sind die wahren Landbesitzer. Das Land bedeutet alles. Alles, was wir sind. Und deswegen wollen sie es. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Grundy dass sie nicht nur Abeligaat galten, ولا Kim etwas geändert, die in dem Kölp vary von einem AusFI-Low minutes gelegt. Alles, was wir machen." Untertitelung des ZDF, 2020